los so da bin ich mal wieder ich habe jetzt schon paar wochen nicht mehr aufgenommen tut mir leid dafür nur hat halt wenig zeit und ja geht es mal endlich wieder weiter ich bin mir nicht sicher wo ich stehen geblieben bin aber ich mache jetzt einfach mal wieder eine west dickens mission und nein marscheln nicht wo es dickens und dann werden wer sie was zu uns bringt ich werde mich mit dem gelaber jetzt erst mal ein bisschen zurückhalten weil abgehört ich rede zu viel ah since you're here you want to make yourself useful not particularly listen son i know you got a mission right now i need another gun why what's happening we've had this problem for months with this group of bandits who are getting drunk and murdering settlers last night they went to a big place up near reachwood they burnt the place down killed the men burning most of them alive and raped the women women folk then got their throats slit one of them survived and walked in here this morning anyway we got a posse gathering up near richwood will you ride with us all right thank you john marston it's gonna be a bloody job huh i don't think i know any other kinds sir hey wait up hey let's hit the breeze boys barster i hear you caught up with mr west dickens i did for a man who claims to have found a remedy to all ailments he was in pretty bad shape his tonic has helped a great many people he's the result of years of research if only it could cure him of his diarrhea of the mouth i wouldn't be so dismissive of science to offer you i'm just changing the past he's no more a scientist than i am a priest but people can spend their hard-earned money however they please he's certainly a character at west dickens i can't understand a goddamn word he said i see them i see them martin you and eli go check it out easy slow down slow down they know survivors here marshall man this don't look too good somebody was so busy killing people they went and dropped their gun winchester winchester repetier go yeah yeah we'll head for redwood farm see if they know anything a bunch of weak men a pack of cowards is the most dangerous kind some men is just born plain evil i think it's this land that makes the men as much as the other way around men are born and then they're formed at least that's how i see it any number of people especially now the words out we're cleaning up the county between walton's boys and the rustlers we've been spilling a lot of blood the man gets more evil when he's running scared more vultures this don't look so good we best take a look boys come on and already late man more dead bodies and the fire still smoke those scumbags must still be around come on come on their trail leads to ridgewood farm come on let's hurry sons of bitches if you once run a gang of outlaws yeah but not like that it wasn't our way at least it wasn't my way killing and thieving's never right boy no matter how you dress it up unless it's ordered by a court of law you mean don't you check the buildings in the barn you check the buildings in the barn no one here no one here normalerweise sind hier auf der ridgewood farm immer recht viele leute also gucken wir mal wo die sich hier versteckt haben die scharp werden die ähm ja met w w her Gucken wir mal. Eieiei. Was ist das denn für ein Gemetze? Bitte, bitte nicht mich schreiten. Einige Bandits kamen und haben uns verabschiedet. Sie sind in der Küche. Einige meiner Familie sind verabschiedet in der Nähe. Ja, in den Skates. Ja, sehr schön. So gefallen mir die Banditen noch schon viel besser. Tod. Ich hätte ja jetzt gerne Schrotflüte, aber... Ich weiß, dass noch einer unter mir, aber egal. Oh nein, nicht egal. Das war jetzt nicht so geplant. Ja, das war jetzt irgendwie relativ peinlich. Aber egal. Fehler passieren. Manchen mehr, manchen weniger. Ich finde das hier sehr interessant. Ach du Scheiße! Nein! Was mache ich denn hier? Ja! Das ist... ...ein wirklich sehr interessanter Part. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr lacht, wenn ihr das seht. Aber das ist alles reiner Vorführeffekt. Ich meine, normalerweise renne ich nicht gleich rein ins Haus, wo die Banditen sind. Deshalb werde ich jetzt noch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Weil ich weiß, dass sie noch welche rauskommen. Aha! So, aber da ich jetzt weiß, wo die... ...Arschlöcher sind... ...kann ich jetzt schön die Geisel rein. Wunderschön! So. Jetzt ist noch einer unter mir. Und noch einer über mir. Hätte ich gar nicht runter gehen brauchen, aber... ...was solls. Wow! Aus der... ...aus der Hüfte. Wir werden alles gut sein. Wir werden alles gut sein. Wir gehen für die Hüfte in der Back. Sobald es sich klar sieht. Danke! Sie sagten, dass sie uns alle töten würden. Ähm... Was ich sehr interessant finde, dass... ...Rapted Redemption... ...wie auch... ...GTA meine ich... ...keine Schwierigkeitsgrade hat, weil... ...das... ...ich habe immer so... ...das gefällt so wie sich das... ...das Niveau des Spielers anpasst. Hey, help! These are people's lives! People's homes! Wo sie recht sind, hat sie recht. Let's go! Get out of your heart, boy! Aber der Marshall kann auch nicht hier... ...überall ständig sein. Ich komme mir hervor wie so ne... ...westernische Motorrad-Gang. Das ist eine komplizierte Transaktion. Was zur Hölle bist du? Some people I have in this pleasure of knowing... ...worn him dead. Was ist das M-Ball? We used to run in a gang together. It was once like family. If this is how you treat your family... ...I'd hate to see what you do to your enemies. That was a lifetime ago. Den Baron in mind, he's left me for dead the last two times I've seen him. Eyes up! You see that? Williamson... Just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now! Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. Get him, boys! Everybody, take cover! In that shed! Get ready, boys! Here they come! Shit! You almost got it! What I think is pretty bad... ...is that... ...es... ...es... ...es gab ja kein... ...Red Dead Redemption 4 Red Dead Redemption. Wisst ihr, weil... ...ich hätte gerne nochmal gesehen... ...ich hätte gerne gespielt, wie... ...John Marston noch in dieser... ...Gang war. Wäre sicher auch ganz... ...lustig geworden. Watch your hands! Goddammit! There's more of them! I've dropped a hundred fools like you! I always like how they play out of the game... ...I do not like you. Get what I got here! There's something that you still breathe. Come on, boy. Come on, Bessie! Give! Norman Deak! Fuck! See you again, buddy! Thanks for your help, John. so was ich ja immer wieder sehr interessant finde wie so wenig leute gegen so viele leute gewinnen können immer wieder ja